Wenn ich mich wo beworben habe, mein Lebenslauf ist in Müll gelandet immer. Ich muss programmieren lernen, ich muss Sales lernen, ich brauche Internet und Laptop. Und dann kann mich niemand aufhalten. Das ist die Champions League. Für mich war das wie wenn Real Madrid anfragt und du hast davor Kreisliga gespielt oder so. Also ich persönlich habe so eine Zahl noch nie gesehen. Es ist mehr als ich oder jeder aus meiner Familie jemals irgendwo hatte. Ich laufe durch Hamburg oder Stuttgart oder was auch immer und ich sehe diese krassen Häuser und diese krassen Karren. Und ich denke mir, wie kann man sich das leisten? Was war das Dümmste, was du dir gekauft hast? Willkommen bei Business Class. Heute ist bei mir Sumit Kuma zu Gast. Er ist Gründer der Vermögenstracking-App Parkett. Hallo Sumit. Moin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass du hier bist. Du hast ja eine sehr interessante Karriere hingelegt. Also neben deinem Job diese App nachts programmiert und jetzt zu einem Unternehmen aufgebaut. Wir werden gleich genauer darüber sprechen, wie das damals so war. Was mich interessiert, ich war auf deinem Twitter-Account und du hast einen Tweet angeheftet vom Dezember 2023, wo du schreibst, endlich ist es passiert. Ich habe mein erstes Startup verkauft, Geoman. Und hier ist ein Screenshot von einer Überweisung von 440.000 Euro, die du für das Startup bekommen hast auf deinem Konto. Was war das Erste, als du diese Überweisung gesehen hast? Was hast du gedacht? Also ich persönlich habe so eine Zahl noch nie gesehen als Überweisung oder auf dem Konto oder sonst was. Also für mich persönlich definitiv ein Riesen-Win an sich, da überhaupt hinzukommen oder mal so weit gekommen zu sein. Aber das ist jetzt auch nicht dieser lebensverändernde Exit, von dem viele Gründer träumen. Also ich mache mir da auch nichts vor. Deswegen, ich habe es auch Mini-Exit genannt sozusagen. Ich habe das vor allem gemacht, um ein bisschen mehr Headspace zu bekommen, also mich mehr auf Parkett fokussieren zu können. Aber trotzdem, also ich will es auch nicht unter den Tisch kehren. Es ist mehr, als ich oder jeder aus meiner Familie jemals irgendwo hatte. Es ist immer noch auf der Firma, es ist nicht auf meinem Privatkonto, aber trotzdem. Also fast eine halbe Million, das ist schon eine nice Überweisung. Was hast du mit dem Geld gemacht? Also du meinst es immer noch auf dem Konto? Ja, ja, liegt da noch. Ich weiß es noch nicht. Möglichkeiten gibt es natürlich. Man könnte Immobilien, man könnte es auch einfach normal an der Börse investieren. Ich könnte es in ein Parkett investieren. Ich könnte es vielleicht in eine neue Unternehmung investieren. Ideen gibt es viele, aber ich überstürze auch nichts. Kurz zu diesem Startup, was du damals verkauft hast. In einem Satz, was war denn das? Geodatenmanagement brauchen mehr Firmen, als man denkt. Also darüber könnten wir jetzt auch zwei Tage sprechen, aber das ist wirklich sehr nischig. Aber von Agrarunternehmen, Logistikunternehmen, Governments, die NASA und so weiter, alle haben diese Open Source Software benutzt, die ich damals programmiert hatte. Und davon gibt es eine Pro-Version, die auch entsprechend genutzt wird. Geodatenmanagement im Prinzip. Drohnen-Companies, autonome Fahrzeuge, alles mögliche, brauchen alle Geodaten und nutzen das. Und ich meine, diese Summe, fast eine halbe Million, die du da bekommen hast, du hast gerade selbst gesagt, mehr als jemals in deiner Familie das Geld da war. Was haben denn deine Eltern gedacht, als du ihnen gesagt hast, ey, guck mal, was ich gerade für eine Summe bekommen habe? Ich weiß gar nicht, ob die das wissen. Also folgen mir nicht auf Twitter. Ich glaube, ich habe es mal erwähnt gehabt und natürlich ist für uns immer unvorstellbar gewesen sowas. Das sind einfach Summen, mit denen man nichts anfangen kann. Also mir ist schon klar, dass das, wir reden nicht von Millionär oder Milliardär oder sonst irgendwas. Das sind nochmal ganz andere Geschichten. Aber das ist einfach ein Niveau, über das wir nie großartig nachdenken konnten. Deswegen, wenn ich über Geld nachdenke, ich bin auch sehr strikt. Also zum Beispiel eine Immobilie zu kaufen oder so, das würde ich jetzt nicht einfach so machen, weil ich mich nicht gut genug damit auskenne. Ich müsste mich erstmal ein halbes Jahr damit richtig beschäftigen und so weiter. Deswegen liegt es jetzt erstmal da. Aber als ich das meiner Mutter, glaube ich, erzählt hatte, ich meine, ich habe es erzählt, wenn nicht hoffentlich, vielleicht weiß ich es jetzt, dass, ja, einfach, da gab es dann Glückwünsche und krass und dann wurde nochmal ein bisschen nachgefragt. Aber die wissen auch, dass das für mich halt so ein komplettes Nebending war. Ich habe wieder ein paar Stunden im Monat investiert. Meine meiste Zeit geht im Parkett und ich sehe nur Probleme, die es zu lösen gibt. Ich gucke selten nach hinten und feiere mal was. Ist ja ein Nachteil, glaube ich, in so einer Gründer-Journey. Aber ja, deswegen, ich habe es erzählt und dann ging es auch schon weiter nach vorne. Was bedeutet denn Geld für dich? Vor allem Freiheit und Möglichkeiten. Also Geld bedeutet für mich persönlich, dass ich die Möglichkeit habe zu wählen, an was ich arbeite, mit wem ich arbeite, wann ich arbeite, wo ich arbeite. Da gibt es so ein paar Dimensionen. Wenn man Geld auf der Kante hat oder nicht angewiesen ist auf ein bestimmtes Einkommen und so weiter, dann gibt es einem mehr Freiheiten. Und das heißt dann, das kann sowas sein wie, ich kann jetzt in Teilzeit gehen, weil ich den Rest mir selber finanzieren kann oder durch Dividenden oder was auch immer. Das kann heißen, ich habe die Möglichkeit selber zu gründen und kann zwei Jahre überbrücken. Das kann sein, wenn ich meinen Job verliere, kann ich zwölf Monate überstehen. Das sind alles Freiheiten, die einem Sicherheit geben. Und ich hatte, bis ich 30 war, Schulden und kein Euro gespart, sondern einen Haufen Schulden. Und als die Schulden weg waren und ich das erste Mal ein bisschen was angespart hatte, 10.000 Euro, 20.000 Euro, das war für mich, als ob ein Riesengewicht, von dem ich gar nicht wusste, dass es da ist, im Hinterkopf plötzlich weg war. Oder ein Druck, vor allem dann mit Familie. Und das ist einfach, das sind einige Jahre an Freiheit für mich und meine Familie. Unabhängig davon, wie schwierig das jetzt mit den anderen Businesses läuft oder wie es mit Parkett läuft. Ich muss für mich wissen, wenn das down geht, wenn das nichts funktioniert, wenn morgen alles weg ist, dann kann ich mit dem Geoman Exit noch ein paar Jahre überstehen, bis mich wieder jemand einstellt oder so. Ja, was auch immer es ist. Stichwort Schulden. Was waren das damals für Schulden, die du begleichen musstest? Das Schlimmste, was man machen kann, glaube ich, Konsumschulden. Also einerseits BAföG und andererseits Konsumschulden. Ich war damals einfach komplett dumm. Ich habe wirklich viel verdient und es kam rein und ging eins zu eins wieder raus. Was war das Dümmste, was du dir gekauft hast? Boah, also das ist das Hauptproblem. Ich habe nicht Sachen gekauft, die dann verstaubt sind, so hier eine Drohne, da eine Spiegelreflex oder so, so war ich nicht drauf, sondern viel Party, viel Essen gehen, Urlaube, solche Sachen. Also sagen wir mal Erinnerungen gesammelt. War das dumm? Ich glaube, es war eher dumm, dass ich das einfach nicht wusste. Wenn du mich fragst, du verdienst 5.000, 6.000, 7.000 Euro, wo ist das Geld am Ende? Du hast nichts gespart und ich konnte es dir nicht sagen. Das ist das Dümmste daran gewesen. Also das gute alte Haushaltsbuch. Korrekt. Ich habe dann hier Finanztipp, Finanzfluss, die ganzen Bücher vor allem gelesen, um mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann halt relativ zügig angefangen, meine Sparrate hochzuschrauben, dann am Einkommen gearbeitet und so, damit ich mir was zusammensparen kann. Was sind denn so die besten Bücher, die man lesen sollte im jungen Alter? Also ich weiß, dass der Autor mittlerweile etwas, aber ich finde hier, wie heißt er, Kiyosaki, seine ersten Bücher, wie heißt es nochmal? Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad, genau, das hat für mich wirklich viel geändert am Mindset. Cashflow Quadrant fand ich auch sehr, sehr gut vom Prinzip her, was Unternehmertum versus Freelancer und so bedeutet. Die beiden haben mir sehr geholfen und dann vom, wie heißt der Kollege, das Buch heißt einfach nur Money von diesem Coach. Auch der, finde ich, hat so einen bestimmten Ruf, aber das Buch hat mir sehr geholfen. Wie heißt denn dieser Übercoach aus den USA? Robbins, Tony Robbins. Tony Robbins, genau, dem seine Bücher haben mir auch sehr geholfen. Die weiß ich noch, habe ich mehrmals gelesen und das habe ich mir so ein bisschen einverleibt und dann halt viel Weisheit, so Charlie Munger und Warren Buffett und so. War Geld für dich, wenn du Stichwort sagst, Barfuck oder so viel Geld hattest du früher nicht, war Geld für dich schon immer so eine Motivation, dass du reich werden wolltest oder was erreichen wolltest, so als jugendlicher Kind oder wie kam es, dass du gesagt hast, okay, ich will irgendwie mehr machen als der Rest? Mehr machen als der Rest, weil es war so, meine Mutter hat mir das tatsächlich erzählt, wir kommen halt aus einer Welt oder Situation, meine Mutter war alleinerziehend, zwei Kinder und im Gesundheitssektor, also Krankenschwester, das heißt, unser Geld war am 20. weg, immer. Und sie hat mir erzählt, dass ich als Kind gesagt habe, wenn mich gefragt hat, was will ich werden, wenn ich groß bin und so weiter, dass ich immer gesagt habe, so, ich will einfach nur genug verdienen, dass am Ende vom Monat noch was übrig ist, dass ich bis zum 31. komme sozusagen. Das habe ich auch geschafft und leider dann halt auch voll verballert alles, aber das war immer so der, ja, das hat mich wohl geprägt so ein bisschen als Kind, dass ich da, deswegen haben wir auch mit 14 angefangen zu arbeiten, also ich und mein Bruder, um halt meiner Mutter was dazu zu geben und so weiter und was hat mich da motiviert, es ist nicht unbedingt dieses Reich werden, sondern es war mehr so diese, ich laufe durch Hamburg oder Stuttgart oder was auch immer und ich sehe diese krassen Häuser und diese krassen Karren und ich denke mir, wie kann man sich das leisten, was für ein Niveau muss da hin und dann habe ich angefangen halt mich darüber zu informieren. Es ging mir nicht darum, das zu sagen, ich gönne denen das nicht oder irgendwas, ich wollte verstehen, wie machen die das und dann sowas wie The Millionaire Next Door und so weiter, die das so ein bisschen aufdecken, aber auch dein Podcast, die so ein bisschen beleuchten, wie sind die Leute da hingekommen, welche Möglichkeiten gibt es, das hat mich, das fand ich super beeindruckend und vor allem, sind die Leute so viel schlauer als ich oder kann ich das auch machen oder kann ich irgendwas machen in dem Bereich? Und dann habe ich gemerkt, dass Reichtum, Wohlstand gar nicht so sichtlich sein muss, du musst nicht mit dem Lambo rumfahren, sondern wenn du so den Mittelstand nimmst, das sind alles so Hidden Champions, das sind alles Millionäre, die Gründer, aber die zeigen das halt nicht so, sondern die haben ein sicheres Leben und viel Freiheiten eben. Und dann bin ich so reingekommen in diese Bootstrapper-Szene, in dieses Underdog bzw. Hidden Champion, du baust halt was in der Nische, keine Sau kennst und das reicht dann gegebenenfalls auch und so bin ich halt auch zum Unternehmertum gekommen, weil ich gesehen habe, okay, wenn du Karriere machen willst und du willst, sagen wir mal, eine Million im Jahr, nur mal als Beispiel, eine Million im Jahr irgendwie einnehmen, dann musst du in die Top, 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 Top Elite kommen. Aber Unternehmen, die eine Million Profit im Jahr schaffen, wirkt schon fast leichter. Das ist aber nicht der VC-Case, wo du 100 Millionen Umsatz machen musst oder so, um den Return für die Investoren zu kriegen. Das heißt, ich habe so für mich gesagt, okay, ich will Unternehmer werden, weil ich will ein Problem lösen, ich habe Bock, das selber zu machen, ich will mir selber beweisen, dass ich das kann, bis ich an eine Grenze stoße, wo ich merke, okay, ich schaffe es nicht mehr. Das kann gleichzeitig meine finanziellen Ziele, wenn es erfolgreich ist, supporten. Und auf der anderen Seite schieße ich nicht so hoch, dass ich 99% Failure Rate habe, sondern ein Unternehmen kann halt erfolgreich sein, solange es profitabel ist. Und ob es dann 500.000 Umsatz sind oder 5 Millionen oder 50 Millionen, ist egal, solange ich profitabel wirtschafte. Und so habe ich halt gestartet und ich glaube, dass es auch wie früher Unternehmen gegründet wurden, Mittelstand und so, Industriegebiete. Jetzt die aktuelle Startup-Szene hat da ein bisschen anderen Vibe. Es dreht sich gerade einen Ticken mehr Richtung Profitabilität ist wieder cool. Aber jetzt so die letzten zehn Jahre war das ja mehr so, ja, scheiß drauf, hier habe ich ein PowerPoint, gib mir 10 Millionen und wir machen irgendwas Großes und selbst wenn die Idee valide ist und mit 10 Millionen im Jahr funktioniert hätte, profitabel, war das nicht das Ziel, sondern groß oder gar nicht. Und das war nie mein Ziel. Was war dein Ziel? Profitables Unternehmen, das mir Freiheiten ermöglicht, das meinen Mitarbeitern Freiheiten ermöglicht und für unsere Kunden ein geiles Produkt entstellt. Und ganz simple Transaktionen. Wir machen ein geiles Produkt und wir verlangen Geld dafür. Kein Drumherum, kein irgendwie mit Daten oder irgendwas, sondern ganz simpel. Ja, wir verkaufen was und das ist es wert, dass man jemand dafür bezahlt. Das ist alles. Wenn du vorher gesagt hast, du bist durch die Straßen Hamburgs gelaufen, Stuttgart, hast diese Häuser gesehen, diese Autos gesehen und das hat dich so ein bisschen motiviert, das kann ich voll nachvollziehen. Also ich hatte auch so Momente, das weiß ich, wo ich irgendwie früher so als Jugendlicher, irgendwie junger Erwachsener, mit meinen Eltern irgendwo im Urlaub war und dann irgendwie durch Eppendorf oder so spaziert bin. Also da habe ich gesehen, diese Willen dachte ich auch so, krass, also auch ohne diesen Neidfaktor, einfach nur gesehen, krass, was man eigentlich erreichen kann, wenn man Bock hat und wenn man was will. Und was ich mich frage, was war denn so dein Learning, wenn du das gesehen hast und dich damit befassen wolltest, Bücher gelesen hast, vielleicht dich mit Leuten getroffen hast und lernen wolltest, wie sie es geschafft haben. Was sind denn deine größten Erkenntnisse? Wie schafft man das denn? Also für mich, das Learning war vor allem, wie das so funktioniert. Also das mag jetzt für die Hörer deines Podcasts vielleicht nichts Neues sein, aber ich habe das damals auf jeden Fall so gelernt beziehungsweise ich fand es überraschend, war einfach die Erkenntnis, der Typ, der da wohnt, dem gehört das Haus nicht. Der hat eine Firma, dem das Haus gehört und der vermietet sich selber die oberste Etage unter und der Rest ist Business. Oder das Haus, sorry, das Auto oder die zwei Autos, die da stehen, gehören nicht dem, die gehören der Firma. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, okay, dieses ganze Prinzip, du hast eine Holding Company, mit der gründest du die Firma, die Firma macht Umsatz. Wenn du zehn Mitarbeiter hast, dann machst du wahrscheinlich schon irgendwo in der Nähe von einer Million Umsatz, vielleicht, ja, je nach Marge und so weiter. Und wenn du eine Million Umsatz machst, dann sind erstmal die Privatausgaben, die du, also Privatausgaben in Anführungszeichen, dein Leben und dein Business vermischen sich und dann dein iPhone, und deine Handyrechnung, dein Internet und so weiter, ist dann plötzlich über die Firma. Und wenn du es brutto von der Firma zahlst, ist es einfach was ganz anderes, wie wenn du das netto von deinem Gehalt sozusagen zahlst. Und diese ganzen Prinzipien, wie Unternehmer das machen und was da alles geht, selbst, also was ich als Grauzone empfinden würde, was aber so viel gemacht wird, wo ich noch gar nicht mal, nicht drüber nachdenke oder in der Lage bin, denke ich mir, okay, das sind einfach Tricks oder Systeme, die man verstehen muss und die auch nur funktionieren, wenn man ein Unternehmen hat. Und wenn man halt schafft, ein Unternehmen aufzubauen, das so viel größer ist, als man alleine, also als Freelancer bist du alleine und wenn du 200.000 Euro Umsatz im Jahr machst, dann ist das schon krass und du hast wahrscheinlich einen sehr guten Lebensstil damit, aber wenn du es schaffst, ein Unternehmen aufzubauen, das 10 Millionen Umsatz macht, das 30, 40 Mitarbeiter hat, dann ist dein Lebensstil eine kleine Kostenfaktor auf diesem Business. Es ist egal sozusagen. Du willst jedes Jahr ein neues iPhone, ist egal. Ohne Business mit einem Einkommen überlegst du dir das drei, vier, fünf Mal, ob du dir ein neues iPhone kaufst. Wir reden jetzt nur von Konsum, aber das waren so für mich, wo ich einfach verstanden habe, okay, ich muss ein Unternehmen gründen, um da hinzukommen. Das war nicht der einzige Grund, ein Unternehmen zu gründen, aber das steht dahinter. Diese Leute, die diese Häuser besitzen, haben ein Unternehmen. Es gibt den seltenen Fall, oder es gibt die Fälle, die haben geerbt und haben das privat gekauft oder so, aber ich kann nicht jemanden herzaubern, der mir was vererbt. Das heißt, mich haben die Leute interessiert, die das selber geschafft haben, die das selber aufgebaut haben. Das war für mich die Inspiration. Und alle, die sind alle Unternehmer. Ja. Und da habe ich gesagt, okay, das muss ich mal überlegen, ob das nicht der Pfad ist, den ich gehen sollte. Ja, ich glaube, wenn man erfolgreich, sehr erfolgreich werden will, dann muss man sein eigenes Ding machen, weil ich glaube, in dieser Corporate-Leiter, da kann man irgendwie aufsteigen, da kann man auch irgendwie einkommen. Millionär werden, wenn man irgendwie ziemlich oben ist. Aber ich wende, letztens war Aki Reinke, der CEO der Union Investment, zu Gast, der hier sozusagen verraten hat, wie viel er verdient. 700.000 fix, 500 noch erfolgsbasiert und er ist CEO von Union Investment. Und ich glaube, als Unternehmer kann man viel schneller, sagen wir mal, 700.000 fix verdienen, als wenn man irgendwo angestellt ist. Oder? Wahrscheinlich, nur das Ding ist halt, dass man als Unternehmer eine ganz andere Incentive-Struktur hat. Du baust halt kein, du baust dir üblicherweise kein hohes Einkommen auf, sondern du baust dir ein Asset auf und der Payment Day ist viel später. Entweder, wenn du genug Cashflow hast, um dir was auszuschütten oder wenn du es verkaufst oder einen Teilverkauf machst oder irgendwie sowas. Und am Anfang geht alles rein. Ich habe mein Gehalt gefünftelt, als ich Vollzeit in Parkett gegangen bin. Was heißt gefünftelt? Gefünftelt? Gefünftelt von meinem vorigen Gehalt. Aber wie viel hast du vorher, meine ich? Ja, vorher hatte ich ja, ich war ja bei einem US-Tech-Unternehmen, das heißt, ich hatte ein paar hunderttausend Euro Gehalt im Jahr mit inklusive Shares und so. Und bei Parkett habe ich mir das absolute Minimum ausgezahlt, damit wir Essen kaufen können und so weiter. Aber der Rest ging da rein. Bis heute zahle ich mir null Euro aus, sondern mache das halt jetzt Geoman und so weiter, also was ich da verkauft habe. Davon zahle ich mir privat Gehalt, weil ich will, dass Parkett wächst. Ich will das alles da rein investieren. Und solange es gut wächst und solange es groß wird, baue ich halt ein Asset auf. Und die Wette ist, dass ich entweder später durch einen Verkauf den Return habe oder dass ich ein Cashflow generierendes Business aufbaue, ein profitables Business, wo ich mir wiederum Dividenden, Ausschüttung, was auch immer, Möglichkeiten gibt es ja dann viele, mein Leben finanzieren kann sozusagen. Und ja genau, also kann man sich 700.000 da als Unternehmer aufzahlen, kommt man da schneller hin? Ich weiß nicht, ob man wirklich schneller hinkommt. Ich würde sagen ja, wenn das Unternehmen erfolgreich ist, weil wer erst mal CEO von so einer Bank oder sowas hat, das dauert 20 Jahre oder so. Aber es sind auch ganz andere Skillsets. Du bist dort Manager, du bist Maintainer, da ist viel Politik im Spiel. Du musst wissen, wie du die Corporate Ladder hochgehst und es kann ein Skillset sein, dass du gut kannst, dann ist das vielleicht der Weg. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach extrem niedrig und du bist angewiesen darauf, dass dich andere befördern. Und ich war immer jemand, der, ich wollte die Sachen permissionless. Ich wollte nicht die Erlaubnis von jemandem einholen. Deswegen habe ich so eine Abneigung gegen das Pitchen für Geld. Sondern ich wollte sagen, was kann ich alleine machen? Und ich brauche, ich muss programmieren lernen, ich muss Sales lernen, ich brauche Internet und ein Laptop. Und dann kann mich niemand aufhalten sozusagen. Ja, es kann sein, dass ich es nicht schaffe, aber das liegt dann an mir. Und nicht jemand anders verbietet, mit mir das zu tun. Im Corporate Umfeld bin ich darauf angewiesen, auf alle anderen. Dass sie das approven und meinen Weg supporten und so weiter. Und das ist nice. Ich will nicht sagen, dass man es nicht ohne andere Leute schafft, das auf jeden Fall. Aber was Parkett betrifft oder beziehungsweise die Unternehmen, die ich gegründet habe und die Software, die ich geschrieben habe, da habe ich nicht auf Erlaubnis gewartet von irgendwem. Und das war das Schöne daran. Und das braucht auch niemand. Mit dem Internet hat jeder die Möglichkeit, das zu machen. Muss nicht Software sein, kann auch YouTube sein, kann was auch immer sein. und du kannst einfach loslegen. So einen Podcast starten, brauchst du nicht die Erlaubnis von jemandem. Du kannst einfach loslegen. Und das hat mich extrem fasziniert, dass ich sagen konnte, okay, ich bin komplett im Driver Seat. Wenn ich das schaffe, dann will ich Vollgas geben und die nötigen Probleme löse und nicht, weil es mir irgendjemand verbietet. Und wenn ich es nicht schaffe, dann liegt es nur an mir. Der Fehler, ich kann ihn nur bei mir suchen. Und das war mir ganz, ganz wichtig, zu sagen, okay, ich habe das selbst unter Kontrolle, diese ganze Situation. Und for better or for worse, musst du dann halt auch mit den Konsequenzen leben. Also es ist nicht easy und man kann halt nicht einfach von der Arbeit heimkommen und abschalten. Das heißt, also bei mir waren das zwei Jahre wirklich 24-7 Vollgas, da hat viel drunter gelitten. Aber ist halt so. Wir sprechen gleich über Parkett ein bisschen genauer. Wie bist du da hingekommen? Was mich interessiert, was hast du studiert und warum? Also studiert habe ich Maschinenbau, sage ich jetzt einfach mal. Es war ein bisschen mehr BWL dabei. Also so ein Mix zwischen Wirtschaftsingenieur und Ingenieur in Stuttgart. Habe es aber nicht zu Ende gemacht. Also ich habe keinen Abschluss. Ich bin keine Werbung für das deutsche Bildungssystem. Unser Haushalt auch nicht. Also meine Frau ist auch sehr weit gekommen ohne Abschluss. Also auch kein Bachelor sozusagen? Nein, kein Bachelor. Abi. Schlechtes Abi. Warst du ein Abi? Da will ich nicht drüber reden. Ist auf jeden Fall schlecht. Schlechter als 3,0? Ja. Glaube ich schon. Ich habe es schon lange mehr draufgeguckt. Das ist doch geil. Also wenn man danach es trotzdem schafft. Ja, es hat nicht geholfen. Ja, sagen wir es mal so. Also ich sage mal so, wenn ich, das habe ich letztens auch woanders erzählt, wenn ich mich wo beworben habe, dann hat mein Lebenslauf in den Müll gelandet immer. Das war komplett irrelevant. Verschiedene Thematiken. Aber wenn du in einer Kleinstadt wohnst, das sage ich jetzt einfach mal so, weil es war so, aber ich will das nicht als Entschuldigung nehmen. Jemand wie ich, mein Name aussehen vor 20 Jahren, wenn du eine Bewerbung schickst, du hast ein scheiß Abi, kein abgebrochenes Studium und so weiter, vergiss es. Du wirst nicht genommen, weil du konkurrierst mit den 1.0-Bachelern oder Mastern, kommst nirgends rein. Deswegen, ich muss es immer, immer schon anders machen. Ich habe noch nie einen Job durch eine Bewerbung bekommen, noch nie. Immer anders drumrum arbeiten und dafür sorgen, dass die Leute auf mich aufmerksam werden. Und das würde ich sehr empfehlen, weil es einfach hilft, wenn man diesen Skill hat, wenn man das versteht, wie schaffst du es obendrauf auf diese Bewerbungsunterlagen. Wie schaffst du es, dass der Chef, wenn er denkt, ich brauche jetzt jemanden für den Job, ich muss jetzt langsam, dann kommt dein Name als erstes rein. Das hilft auf jeden Fall, ob du ein 1.0-Abi hast oder nicht oder eine 1.0-Bachelor oder Master. Du konkurrierst ja mit anderen, die auch 1.0 haben und wenn das nur auf dem Papier ist, ist es sehr viel schwerer, wie wenn dich die Person kennt, wenn die mal Händedruck von dir gesehen hat, mal in die Augen geguckt hat, sehen wie du agierst und so weiter. Das heißt, ich bin immer andere Wege gegangen und musste mich da sozusagen hocharbeiten und immer beweisen, immer niedriger anfangen, immer Hände schmutzig machen und sagen, ich arbeite für die Hälfte, ich arbeite umsonst zwei Wochen, ich zeige dir, was ich kann und dann reden wir nochmal. Immer so. Und dieses Beweisen, Müssen, das war so, würde ich sagen, für mich auf jeden Fall eine sehr positive Erfahrung im Sinne von, es ist egal, was passiert. Und wenn ich wieder in einer Bar arbeiten muss oder auf der Baustelle oder was, ich hatte schon überall Jobs, ist egal, ich lerne es und ich mache es und ich beweise mich und dann geht es weiter. Und das hat mich, sagen wir mal, hat für mich sehr gut funktioniert. Ich weiß, dass es nicht jeder, nicht für jeden ist, so vom Typ her, aber für mich hat es sehr gut funktioniert und damit konnte ich das sozusagen ausgleichen, sodass niemand mehr danach frägt. Es gibt immer noch Institutionen und Arbeitgeber, die danach fragen, aber ich hatte trotzdem Jobs bei Daimler oder bei Porsche, die nur Master nehmen, bin trotzdem irgendwie reingekommen. Ja, also es geht schon. Und wie bin ich jetzt da hingekommen? Also studiert habe ich das, genau, habe dann abgebrochen und dann bin ich komplett ins Freelancer-Dasein im Programmieren. Das habe ich mir selber beigebracht, als ich Teenie war, 15, 16, habe ich Programmieren nebenher so gelernt und ich habe es auch nicht studiert oder sonst was. Also es war alles Learning by Doing. Welche Sprachen kannst du programmieren? Ich habe, also das würde ich auch jedem empfehlen, wenn man programmieren lernen will, überleg dir ein Projekt, das du machen willst und dann lernst du die Sprachen, um das umzusetzen. Ich wollte eine Website bauen, also habe ich vor allem JavaScript, Frontend Entwicklung, sowas gelernt. Dann ein bisschen Backend, immer wenn es nötig war, etwas umzusetzen, habe ich das gelernt. Aber ich bin in der JavaScript-Welt zu Hause, das heißt Node.js, Server-Sidic und Webseiten halt. Und dann hast du ja bei einem großen Startup gearbeitet oder war das ein Startup da, wo dein letzter Job vor Parkett? Stripe, Ich würde sagen großes Startup, ja. Großes Startup. Und hattest dann irgendwann den Gedanken, okay, geiler Job, ich verdiene richtig viel Kohle, aber ich will mein eigenes Ding machen oder eher so, ich will was für meine Finanzen machen, weil ich einfach keinen Überblick habe über mein Geld. Wie kam das eigentlich dazu standen? Nee, nee, weder noch. Also ich war bei, ich war da vor Stripe, war ich bei Daimler, bei Cartogo, beziehungsweise Schernau heißt es heute. Und da war das eher so, okay, Corporate-Job, ich, also sehr Corporate und ich merke, ich kann hier nicht so viel verändern, wie ich es gerne würde. Viele kennen das vielleicht, wenn man in so einem Konzern arbeitet und man hat selber übelst Motivation und man hat immer das Gefühl, man wird ausgebremst durch sein Umfeld. Das ist so ein gutes Zeichen, dass du selber was starten musst, ja, und wenn es nur nebenher ist. Und ich hatte immer, ich sag mal, Theorien oder, man beschwert sich ja immer über die Chefs oder über das System oder was auch immer. und ich habe dann auch irgendwann gedacht, ich mag das eben im Driverseat zu sein, zu sagen, okay, ich beschwere mich immer über die Leute, aber würde ich es denn gleich machen, wenn ich in deren Situation wäre? Vielleicht gibt es dafür Gründe, die ich nicht kenne oder könnte ich es überhaupt anders machen? So labern kann man viel, beschweren kann man immer. Zeig erst mal, dass du es besser kannst. Und da habe ich schon viel drüber nachgedacht, irgendwas Eigenes zu machen und habe dann gedacht, okay, komm, das Erste, was ich machen kann, um mein Risiko zu minimieren, was das Einkommen betrifft, so Einkommen diversifizieren, dann Freiheiten schaffen und so. Ich will investieren, ich spare, ich spare, ich habe gerade erst angefangen, meine Finanzen unter Kontrolle zu kriegen. Ich will mehr investieren können, also mache ich einen Nebenjob. Das war das Erste. Und dann habe ich gedacht, okay, statt einen Nebenjob jetzt in einem Café anzunehmen, am Wochenende, baue ich eine Software und hoffe, 300, 400 Euro im Monat mehr zu verdienen, die ich investieren kann. Ich wollte meine Sparrate sozusagen erhöhen. Natürlich mit der Hoffnung, dass es größer wird, aber selbst wenn nicht, 500 Euro im Monat ist immer noch cool, je nachdem, wie viel Aufwand ich reinstecke. Und dann habe ich überlegt, was man machen könnte. Und die Idee für Parkett hatte ich schon länger, aber da gibt es größte Hürden im Finanzbereich einfach, was auch Daten und so weiter betrifft. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich habe die mentale Kapazität, ich werde nicht genug gefordert im Konzern. Ich habe einfach einen Haufen Energie und noch keine Verpflichtung, was Kinder und so betrifft. Jetzt mache ich das nebenher und habe dann 2019 in der Weihnachtszeit halt auf der Couch angefangen, das zu programmieren, weil es ein Tool war, das ich selber gebraucht habe. Mich motiviert es unfassbar, wenn man seinen Fortschritt trackt, egal ob das Fitness ist, Gewicht, Finanzen, was auch immer. Und wenn du siehst, wie dein Vermögen von links unten nach rechts oben geht oder deine Dividendeneinnahmen oder was auch immer dein Fokus ist, das ist einfach unfassbar motivierend. Und dann habe ich eine Visualisierung für mich selber gebaut, weil die Tools, die es gab und Excel und so weiter, wie gesagt, ich bin Softwareentwickler und UI-Entwickler und wusste, das geht besser, das muss besser gehen, das muss automatisierter gehen und so. Und dann habe ich eben eine Software für mich selber erst geschrieben, dann online gestellt, anderen Leuten gesagt, hey, schaut mal hier, das habe ich gebaut, was denkt ihr und so weiter und es war Anklang da, die Leute sind dazugekommen, seitdem ist es gewachsen. Dann wollte ich eigentlich Vollzeit rein. Ich wollte ein Risiko, quasi ein Jump gehen, auch wenn es noch nicht mein Gehalt supportet hätte oder meine Kosten, sagen wir so, und wollte das machen. Dann kam aber Stripe. Ich hatte das schon gekündigt bei K2Go und danach kam Stripe und hat gesagt, hey, wir haben hier einen Job und wir glauben, du könntest passen, hättest du Bock, dich zu bewerben. Dann habe ich mich beworben, bin durch den Bewerbungsprozess, habe gedacht, die nehme ich eh nicht. Aber Stripe war... Warum hast du das gedacht? Weil es Stripe ist. Das ist die Champions League. Für mich war das, wie wenn Real Madrid anfragt, ob du, und du hast davor Kreisliga gespielt oder so. Also völlig utopisch, weil Stripe für mich das Nonplusultra in Qualität, Produkt, in Kultur und so weiter war. Was macht Stripe für alle, die höhere, die sprechen? Stripe ist Paymentanbieter im Prinzip und es so, also wirklich von, als Entwickler ist deren Produkt Champions League. Das ist einfach so, auch Kultur und so. Das ist ein US-Startup und wir nutzen es bei Paket, aber auch viele andere deutsche Unternehmen. Also man sieht es als Endkunde nicht, aber wenn ihr ein Abo abschließt im Internet, 100 Prozent, habt ihr schon irgendwo Stripe benutzt. Wir sind bei ganz vielen Unternehmen im Hintergrund ein unfassbar tolles Unternehmen, krasse Gründer. Ich war so beeindruckt von denen, ich habe die lange verfolgt und das hört sich wie ein Klischee an oder sowas, aber es war wirklich so, ich hatte eine Liste von den Unternehmen, bei denen ich am liebsten mal arbeiten würde und Stripe stand auf Nummer eins. Und dann haben die gefragt und ich so, okay, die nehme ich eh nicht, aber ich lerne was im Bewerbungsprozess und wenn die mich ablehnen, dann lerne ich auch warum. Ich habe das so als Learning Opportunity gesehen, habe dann den Bewerbungsprozess gemacht und am Ende eine fucking Zusage bekommen und ich war so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich wollte mich eigentlich selbstständig machen, jetzt bieten die mir hier so ein Epic-Paket und nicht dafür die Arbeit. Dann habe ich gesagt, okay, scheiß drauf. Ich muss da wie ein Schwamm reingehen und so viel lernen, wie es geht über alles, über Hiring, Teams, wie machen die das Produktbauen, priorisieren, wie läuft es in diesem Unternehmen, dass die so ein krasses Produkt rauskriegen, dass sie so eine Kultur und so ein Unternehmen aufbauen können. Davon will ich inspiriert sein für mein Unternehmen, das ich bauen will, nicht von Daimler. Also ich wollte einfach nochmal einen anderen Einfluss haben. Dann habe ich gesagt, okay, selbst wenn es nur sechs Monate sind, die werden dann sehen, dass ich nichts drauf habe, dann schmeißen sie mich eh raus. Aber da sauge ich so viel auf, wie ich kann. Dann bin ich hin, aus den sechs Monaten sind dann am Ende 18 Monate geworden, aber ich habe genau das gemacht, ich habe wie ein Schwamm alles aufgesaugt. Ich habe mit Leuten geredet, überall, in allen Abteilungen, wo ich einfach lernen wollte. So HR, Recruiting, wie kriegen die die krassen Leute rein. Ich war in einer Sales Org, ich war davor nie in Sales, aber da konnte ich lernen, wie funktioniert so ein Sales Prozess, wie arbeiten die Sales Leute. Das war für mich super, super, super hilfreich natürlich. Was waren dann die größten Learnings vielleicht für Leute, die auch ins Management wollen oder gründen wollen, Unternehmer sein wollen? Was sind so? Aus Stripe? Boah, da müssen wir einen 4-Stunden-Podcast machen. Also ich habe mir da, ich habe seitenweise Notizen für mich gemacht, aber das geht von alles, von Leadership, von Gründen, von Remote-Teams aufbauen, ich war ja da auch das erste Mal remote, zu Equipment, IT, wie gesagt, alles HR, Recruiting, Teams, Produkt, priorisieren, wie man mit Kunden redet, Sales in allen Bereichen wirklich. Was zeichnet denn einen guten Leader aus? Auch eine 4-Stunden-Folge? Ich weiß nicht, ob ich, das müssen vielleicht meine Mitarbeiter eher sagen, weil ich kann dir nicht sagen, ob ich ein guter Leader bin oder nicht, das können die dir sagen, aber ich denke, für mich, also was mich immer bei einem Manager beeindruckt hat, wenn ich einen hatte, war, wenn es irgendwie natürlich in so eine Mentor-Mentier-Rolle so reingekommen ist, wenn man merkt, er erklärt einem auch ein bisschen auf Meta-Ebene Sachen, sei es Verhandlungen oder Ziele erreichen oder sonst irgendwas, aber vor allem auch, wenn er die Struggles von dir wegabstrahiert hat und du checkst es gar nicht, dass es in Sachen passiert, also ich mache mal ein Beispiel, dass, glaube ich, sehr viele IT-Manager, sagen wir mal, die Ziele erreichen wollen, aber starke Probleme haben und das ist eine 50% Frauenquote in einem Entwicklerteam, als Beispiel. Und mein Manager hat es hingekriegt bei Stripe und den meisten ist es nicht aufgefallen, es war halt so, aber ich bin irgendwann hin, weil ich war ja selber Engineering-Manager bei Daimler und ich wusste, wie schwer das ist oder bei Car2Go und bin dann zu ihm und habe gefragt, wie hast du das eigentlich gemacht und dann hat er mir so die Story dahinter erzählt und alles, was er so gemacht hat und was er dafür machen musste und das finde ich einfach abartig beeindruckend, wenn Leute dann sowas erreichen, aber das gar nicht an die große Glocke hängen, nicht erzählen und so und dann natürlich dafür sorgen, dass man sich selber weiterentwickelt, dass die Ziele vom Unternehmen weiterkommen und einen guten Teamzusammenhalt schaffen, das sind alles tolle Sachen, aber Menschen sind verschieden, es gibt verschiedene Führungsstile und verschiedene Sachen, die jemand inspirieren oder begeistern, das Schwierige ist, du musst das Team finden, das auch dazu passt und es gibt, also keine Ahnung, von Steve Jobs hört man ja, dass er ein Tyrann war, aber als Super-Product-Focus und die Leute, die was Krasses erreichen wollen, aber mit so einem Tyrannen klarkommen oder zumindest tolerieren, die gehen vielleicht in sowas auf, andere wieder nicht, es muss, wie immer mit Menschen, muss es zusammenpassen, vom Team und vom Manager her und zumindest bei Parkett, glaube ich, habe ich ein unfassbar tolles Team zusammengekriegt und ich habe das Gefühl, wir harmonieren extrem, extrem gut. Und dann warst du bei Stripe, 18 Monate sind vergangen und du hast gedacht, okay, ich mache jetzt irgendwie nebenbei, nach der Arbeit, Parkett, programmier da, es läuft gut. Wann kam der Punkt bei dir, wo du gesagt hast, okay, fuck it, ich kündige den Job, ich gehe all in? Als ich gekündigt habe, war ich Mitarbeiter Nummer 5, also ich habe zuerst andere Leute eingestellt, weil ich immer so gedacht habe, okay, jetzt ist genug Kohle da für einen, oder genug Umsatz für einen Mitarbeiter oder für ein Gehalt, was macht denn jetzt am meisten Sinn für Parkett? Weil ich arbeite ja sowieso schon quasi 8 Stunden am Tag nachts für Parkett. Wenn ich jetzt kündigen würde, dann würde ich auch wieder 8 Stunden dafür arbeiten und die 9, 8 Stunden, die ich kriege, würden eher in mein Privatleben fließen, weil das habe ich komplett vernachlässigt. Macht es nicht mehr Sinn, jemand anderes dazu zu holen und dann halt die ersten Programmierer oder Marketing und so. habe es halt immer versucht, was ist das Beste für Parkett, so zu investieren. Deswegen habe ich zuerst andere Leute eingestellt. Aber irgendwann, ganz ehrlich, du hast 5 Mitarbeiter und irgendwann fragen dich die Leute auch, sag mal, ich komme hier in ein Unternehmen rein und der Chef arbeitet selber nicht Vollzeit da, hat noch einen anderen Job. Nimmt der das überhaupt ernst? Und auf der anderen Seite Customer Support mit den wachsenden User-Zahlen, wenn du dann 10.000 User, 15.000 User und so weiter hast, kommst du irgendwann auch nicht mehr hinterher. Und deine Aufmerksamkeit ist halt so gespalten und es wird einfach nicht weniger. Irgendwann habe ich dann gesagt, okay, jetzt mache ich den Jump. Es geht sowohl finanziell, als auch es macht Sinn. Mir ist klar, wo es hingehen kann. Ich habe auch eine Strategie, um da hinzukommen und jetzt gehe ich da rein und gehe executen sozusagen. Und bei Stripe habe ich, ich wollte auch im Positiven raus, im Sinne von, ich wollte da niemanden hängen lassen oder von heute auf morgen weg und bla, bla, bla. Deswegen habe ich mich auch noch auf so ein paar Monate dann committed, um so eine Übergangsphase für sie zu haben oder fürs Team. Genau. Und dann bin ich raus. Aber für mich, also die Entscheidung habe ich getroffen, als ich gemerkt habe, ich schaffe das mental und physisch nicht noch ein Jahr. Ich war am Ende, im Dezember 2020, 20 war das, glaube ich, Dezember 2020 oder 2021? 2021. 2021, genau. Im Sommer 2022, ja, im Sommer 2022, bin ich Vollzeit im Parkett. Also in dem Winter davor, Januar 2022, habe ich gekündigt, ich war komplett im Eimer. Ich habe da reflektiert so ein bisschen im Dezember und habe einfach gemerkt, es muss sich was ändern. Entweder höre ich auf mit Parkett oder ich kündige bei Stripe und gehe voll in Parkett. Wie gesagt, ich habe keinen Sport gemacht, ich habe nichts gemacht, ich war wirklich nur am Rechner. Ich bin aufgestanden um sechs Uhr morgens am Rechner, dann um neun Uhr bei Stripe angefangen bis abends 18 Uhr, 19 Uhr, was auch immer und dann den anderen Rechner wieder auf und weitergemacht bis nachts um eins. Jeden Tag, sieben Tage die Woche. Es ist nicht gesund. Keine Freunde gesehen in der Zeit, da war Covid auch währenddessen. Das hat zumindest nicht so ein riesenschlechtes Gewissen, dann keine Freunde zu sehen, zumindest die erste Zeit da. Aber auch privat, meine Frau, ich habe dann in der Zwischenzeit ein Kind bekommen und alle jungen Eltern wissen, dass das ein ganz eigenes Game ist, ein ganz eigenes Projekt sozusagen. Und ich habe einfach gemerkt, das kann ich nicht noch ein Jahr machen. Ich bin kurz vorm Burnout oder was auch immer und ich muss irgendwas ändern. Wie hast du das wahrgenommen? Also wenn du sagst, du komplett am Ende so viel gearbeitet hast, hast du das irgendwie gespürt, physisch, psychisch, dass du einfach merkst, du hast gerade selbst angesprochen, kurz vorm Burnout oder so. Wie hast du das gemerkt? Also verschiedene Sachen. Zum einen, man sieht es optisch, wenn ich mir die YouTube-Videos von damals angucke, wo ich habe ja damals auch schon gestreamt und habe alles so transparent geteilt, wenn ich mir die angucke, die sehe ich einfach ungesund aus. Also übergewichtig, ich sollte ja eigentlich eine natürliche Bräune haben, die war da sehr, ja, nicht sonderlich vorhanden, war nicht viel draußen. Ich habe das gemerkt durch Freunde, die mir gesagt haben oder auch meine Frau, wenn ich in einem Dinner war oder Freunde waren da und wir haben gegessen, ich war nicht anwesend, kopfmäßig. Ich war in Gedanken immer bei diesem Business. Ich konnte nicht abschalten, war immer hibbelig, viel aufs Handy geschaut, um zu gucken, wie es läuft, es ist da und haben Kunden geschrieben, was auch immer. Ja, es hat, also Beziehungen haben gelitten, mein, also ich persönlich, mein Körper hat gelitten und mental vor allem, ich war einfach komplett platt. Ich hatte keine Zeit, über irgendwas anderes nachzudenken. Ich hatte keine, keine Kapazität, um nachzudenken, was schenke ich meine Frau zum Geburtstag oder wo feiert meine Tochter ihren ersten Geburtstag oder so. Es hat nichts mehr reingepasst in meinen Kopf und das war so, ich würde es niemand empfehlen. Ich persönlich würde es wieder so machen, aber ich würde es niemand empfehlen oder zumindest mit anderen Prioritäten. Dass Sport zum Beispiel eine Priorität ist, das war eines der ersten Sachen, die ich geändert habe, nachdem ich gekündigt habe. Ich habe gesagt, so und jetzt jeden Tag Gym, jeden fucking Tag gehst du morgens ins Gym. Machst du es heute noch? Ja, egal was es ist. Da kann mir jeder mit, da kann mich ein Leo Ginsberg zum Podcast einladen. Ich komme erst um zehn, weil ich vorher ins Gym gehe, immer. Wenn du sagst, du würdest es wieder machen, heißt das, es gehört dazu, so Lifestyle, wenn man gründet, wenn man Unternehmer ist, wenn man was erschaffen will? Also, ich habe mir natürlich ein paar Hürden gesetzt, die nicht jeder machen muss, die auch nicht jeder macht. Ich habe gesagt, ich will Bootstrap, keine Investoren und ich will es auch alleine machen. Kein Co-Founder. Also extra schwer gemacht nochmal. So kann man es sich vielleicht sagen. Also, was ich jedem empfehlen würde, wenn man noch keine Kinder hat, ist, mach diese erste Phase jetzt, bevor du ein Kind hast. Bevor du diese Verpflichtungen hast. Weil das, du hast mehr Zeit, als du glaubst. Das sieht man aber erst, wenn man ein Kind hat. Das ist das eine, was ich jedem empfehlen würde, der noch kein Kind hat. und generell dieses neben dem Beruf starten, das würde ich zwar empfehlen, das zu tun, schnell validieren, aber man kann den Jump halt früher machen. Ich wollte halt noch zu Stripe und da den aufsaugen, wie es läuft da. Aber das ist halt auch ein Unternehmen, das sehr fordernd ist, weil, ich meine, die zahlen gut, aber sie erwarten auch entsprechend Execution. Nicht Überstunden, aber einfach Vollgas die ganze Zeit. Und die acht Stunden, die man dann da arbeitet, danach bist du einfach platt komplett. Aber man muss auch ehrlich sagen, und das weiß jeder, der in irgendeinem riesen Konzern arbeitet, ja, da kommst du eher mit Energie nach Hause, außer vielleicht Soul-Crushing-Meetings oder so, aber normal, also die meisten Leute sind da nicht bis zum Ende gefordert oder so. Und danebenher kann man das dann vielleicht schon eher machen. Es kommt immer darauf an, wie die Umstände sind. Ich würde es wieder machen, weil es hat für mich funktioniert und es war ein Opfer, wo ich mir denke, so in einem 20-Jahre-Horizont zwei Jahre so zu opfern ist verkraftbar. Aber ich habe von Anfang an auch meiner Frau gesagt, das ist eine Phase, die wir brücken müssen und dann irgendwann wird es aufhören, entweder weil ich Vollzeit reingehe oder weil es nicht funktioniert. Aber ich muss es beweisen und ich muss alles dafür tun, um zu gucken, funktioniert es als Unternehmen oder nicht. Kann es profitabel sein? Bezahlen Leute Geld dafür? Kann ich das bauen? Kann ich das handeln? Und als dann verschiedene Checkpoints bewiesen waren, dann kann man eben die Entscheidung treffen. Und hast du jetzt Zeit zu überlegen, was du deiner Frau zum Geburtstag schenkst? Jetzt habe ich die Zeit, ja. Was hast du geschenkt? Oh Gott, das war letztes Jahr im Sommer. Was habe ich geschenkt? Ich glaube, das war eine hübsche Sonnenbrille, die sie gekriegt hat letztes Jahr. Aber die Kapazität ist auf jeden Fall da und die Flexibilität im Tag auch. Also allein schon sowas wie, wir hatten es ja auch im Vorfeld davon, auch eine Freiheit, die ich den Mitarbeitern halt ermöglichen wollte und das ist auch gut so. Das haben wir auch, dass wenn zum Beispiel das Kind eben krank wird, kann ich in die Kita, dass ich dann sagen kann, komm, ich verbringe den Vormittag mit ihr, spiele mit ihr und so weiter und dann mittags machen wir einen Switch und dann arbeite ich halt abends ein bisschen länger, wenn sie im Bett ist oder sowas. Diese Flexibilität ist so unfassbar viel wert für junge Eltern, meiner Meinung nach. Und wir haben mehrere junge Eltern im Team und die bestätigen das auch und da wird auch nicht gefragt. Wenn jemand sagt, ich kann jetzt gerade nicht, dann ist das so, das ist fein. solange insgesamt die Arbeit gemacht wird und wir Gas geben und so weiter, ist es ein Geben und Nehmen und das ist sehr, finde ich sehr, sehr angenehm. Abschließend zum Thema Unternehmertum, Gründen, was wäre so dein wichtigstes Learning, was du gerne gewusst hättest, als du mit dem ganzen Zeug angefangen hast oder irgendwie mit 20, Anfang 20, was hättest du gerne für einen Rat bekommen von einem, der jetzt da ist, wo du bist? Also genau das, was ich gesagt habe, ich hätte viel früher anfangen müssen. Also am liebsten hätte ich mit 25 angefangen oder mit 28, ich weiß in den 20ern, da hat man noch ein paar andere Lifestyle-Prioritäten, die absolut Sinn machen. Also ich finde es schon in Ordnung, sein Leben zu genießen, nicht nur in Ordnung, ich würde es ja auch empfehlen, aber ich würde früher anfangen. Ich habe erst mit 30 oder so überhaupt angefangen, mich um meine Finanzen zu kümmern. Das mit 3, 4, 5 Jahre früher wäre sehr, sehr gut und ich kenne auch andere Gründer, die haben das geschafft, das aufzubauen, die haben so die ersten 5 Jahre Unternehmertum hinter sich gebracht, bevor sie ihr erstes Kind bekommen haben und das ist ein ganz anderes Game dann, wenn du Kinder hast, weil dann kannst du diese Freiheiten, die du dir aufgebaut hast und da die Möglichkeiten dann auch nutzen, wenn die Kinder da sind und das war bei mir nicht, ich musste es quasi gleichzeitig aufbauen, das heißt, früher Anfang war so das Hauptding, ansonsten irgendwelche besonderen Überraschungen, die ich überhaupt nicht erwartet hätte, und ich glaube, ich habe mich immer gut mit anderen Gründern ausgetauscht, habe mich gut vorher informiert eigentlich und wusste dann relativ zügig, was auf mich zukommt. Ich habe natürlich Fehler gemacht, selbstverständlich, aber jetzt keine, wo ich sage, die müssen unbedingt vermieden werden oder so. Die macht man, man lernt daraus und als Gründer macht man eigentlich nichts anderes, als Probleme zu lösen. Manche größer, manche weniger groß. Aber ansonsten würde ich sagen, ich bin auch relativ happy beziehungsweise ich hatte relativ viel Glück, wie es bisher gelaufen ist. Von dem her würde ich sagen, die Sachen, die ich genannt habe, Frühanfang und so weiter, waren die wichtigsten so für mich. Du bist der Gründer von Parkett. Kannst du uns in einem kurzen Elevator pitch, auch wenn du nicht gerne pitchst, aber was ist das eigentlich für ein Unternehmen? Was macht ihr? Portfolio-Tracking und Analyse. Also im Endeffekt, alle Leute, die Vermögen aufbauen wollen oder für andere Vermögen aufbauen oder verwalten, in welcher Form auch immer, möchten ein paar Sachen wissen. Das reicht von normaler Performance oder Cashflow von Dividenden oder was auch immer bis hin zu detaillierter Analyse, ETF-Überschneidungen, Risiko und so weiter. Je nachdem, wie man selber drauf ist und wie tief man da einsteigen will und genau das liefern wir. Mobil, anständig, überall verfügbar, schön und dass es auch Spaß macht, es zu benutzen. Das ist das, was wir tun. Also wir visualisieren Vermögen und geben vor allem Insights, die dir einfach keine Bank gibt. Du hast es ja gegründet, vor allem am Anfang für dich selbst, weil du einfach selbst sehen wolltest, was geht denn eigentlich bei mir mit meinen Finanzen. Als du das dann gemacht hast und deine Daten da eingepflegt hast, was war so dein, deine erste Erkenntnis, als du dein eigenes Vermögen da gesehen hast? Also ich weiß nicht, ob ich mein, mein Erspartes als Vermögen bezeichnen würde, aber sagen wir so, ich bin einer, der auf Cashflow schaut. So baue ich das Unternehmen auf, möglichst profitabel und sich selbst tragend, aber auch, wenn ich investiere, dann gucke ich halt auf Dividendenzahler in dem Fall. Und der für mich wichtigste oder das wichtigste UI, das wichtigste Dashboard ist bei uns das Dividenden-Dashboard. Für mich, da schaue ich immer drauf und steigt da mein durchschnittliches, monatliches Dividendeneinkommen ausgerechnet über die letzten zwölf Monate, steigt das. Und dann mit Bar-Charts, wer dir was ausgezahlt hat und wann und eben die Charts, wie dein monatliches Einkommen ist durch Dividenden. Und das ist das, worauf ich am meisten gucke. Wenn ich investiere, dann das soll hochgehen und das ist halt schön, wenn da steht, okay, du kriegst durchschnittlich 400 Euro im Monat über die letzten zwölf Monate, Dividende pro Monat, dann kannst du dir halt schon überlegen, okay, damit könnte ich ja schon was finanzieren, damit könnte ich vielleicht schon meine Konsumausgaben oder variablen Ausgaben decken. Irgendwann kannst du vielleicht deine Miete davon decken oder dein Netflix-Abo oder Gym oder was auch immer es ist. Und ich mag so diese Vorstellung, nach und nach deine Fixkosten oder deine Kosten durch Dividenden zu decken und halt Schritte Richtung finanzielle Freiheit zu gehen. Das ist natürlich ein langer Weg, aber das motiviert mich persönlich jetzt. Und da gibt es aber ganz verschiedene Strategien und Motivationen und wir versuchen den Leuten da die verschiedenen Sachen bereitzustellen. Das ist jetzt nur für mich die persönliche Präferenz. Wie viele Dividenden hast du so im Monat im Schnitt? Ja, wie gesagt, 400, 500 Euro ist meine Zahl. Und was ist dein Ziel? Also du hast gerade angesprochen, finanzielle Freiheit, ist es das, wo du irgendwo irgendwann hinkommen willst? Ziele ändern sich so ein bisschen. Also das wollte ich, als ich angefangen habe zu investieren, da habe ich so mir ausgerechnet, das war halt auch so ein Punkt, wenn meine, sagen wir mal, meine Kosten, um ein komfortables Leben in Deutschland zu leben mit Familie, was brauchst du im Monat, sagen wir, 5.000 netto. Damit kannst du in der Stadt wohnen mit zwei Kids, würde ich sagen, und kannst einigermaßen gut wohnen. Vielleicht, das war so für mich damals die Vorstellung, ja, 5.000 Euro netto. Was brauchst du für 5.000 Euro netto? Wenn du Kapitalertragsteuer mit dazu nimmst und um das zu bekommen, brauchst du 90.000 Euro Bruttodividende pro Jahr. Und um 90.000 Euro Bruttodividende pro Jahr zu bekommen, bei, sagen wir, 3% Dividendenrendite auf deinem Portfolio, brauchst du 3 Millionen im Portfolio. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet, aber ich meine, das war damals meine Rechnung. 3 Millionen. Das will ich aber nicht in 60 Jahren, das will ich möglichst bald, in 5 Jahren, im Idealfall. Wie kriege ich 3 Millionen in 5 Jahren in ein Depot? Dann rechnest du dir aus, was du verdienst, dann rechnest du dir die schönsten Karrieremöglichkeiten aus. Keine Chance. Keine Chance, da irgendwie hinzukommen in 5 Jahren. Das muss durch irgendwas Größeres passieren. Aka, Unternehmen, Exit, nur solche Sachen können dich überhaupt dahin bringen, in einem 5-Jahres-10-Jahres-Zeitraum. Vielleicht gibt es auch andere, also alle Ideen, die man so hat, sind welcome, aber das war so für mich die Milchmädchenrechnung, die ich so gemacht habe. Und da wusste ich einfach, okay, wenn ich es schaffe, 3 Millionen bei 3% Dividendenrendite in einem Portfolio zu haben, dann ist meine Family safe. Und dann kann ich Risiko eingehen, so viel ich will, dann kann ich bauen, was ich will, dann kann ich, ist egal, dann kann ich meine Künstlerkarriere starten oder so, was auch immer. Oder gar nicht arbeiten, aber, also ich bin einer, der immer arbeitet, das macht mir einfach Spaß, aber die Freiheit ist da, darum geht es, die Freiheit ist da und das war so das Ziel. Jetzt aktuell ist es ein bisschen anders, weil mein Fokus ist nicht, das Aktienportfolio aufzubauen, sondern mein Unternehmen aufzubauen. Da ist der Return natürlich auch höher, viel höher potenziell, als eine 3% Rendite. Nur, ja, ist halt ein anderes Game. Das heißt, mein Fokus ist jetzt darauf, ich investiere eher weniger, weil ich so wenig Geld wie möglich rausziehe aus dem Unternehmen. Als Unternehmer denkst du, dann immer, okay, wenn ich sage, keine Ahnung, das 20.000 Euro, machen die jetzt Sinn in meinem Aktienportfolio oder machen die Sinn in meinem Unternehmen, kann ich da was anfangen. Das heißt, ich lasse das Geld eher im Unternehmen, zahle mir so wenig aus, wie es geht. Ab und zu mal vielleicht versuche ich dann, was zu investieren, um vielleicht ein bisschen das noch mitzumachen und Diversität da aufzubauen, zu diversifizieren und so. Aber meine Wette ist, sind die Unternehmen. Das heißt, es geht da rein. Was ist denn so gerade deine Sparquote, so im Monat? Also, wie viel investierst du? Also, bis jetzt Januar hatte ich keine Sparquote. Ich habe nichts mehr investiert. Wie gesagt, ich habe mir ausgezahlt, was wir an Kosten haben. Punkt. So, mehr nicht. Und ein bisschen was noch, um ab und zu mal in Urlaub zu gehen oder so. Früher waren schon mehr, oder? Da hast du ja schon sehr viel investiert, oder? Ja, das Depot aufzubauen. Also, vor Kind und vor Unternehmen hatte ich eine 60% Sparquote. Also, wie gesagt, bis ich 30 war, hatte ich gar nichts. Dann habe ich angefangen, mich um meine Finanzen zu kümmern, meinen Gehalt zu erhöhen, Kosten zu reduzieren und dann habe ich wirklich den Großteil gespart. Mehrere Tausend Euro pro Monat, bis ich dann in Parkett bin und da mein Gehalt komplett reduziert habe, habe dann wenig bis gar nichts mehr investiert. Und jetzt zuletzt, auch Ende letzten Jahres und so weiter, habe ich wirklich überhaupt nichts mehr investiert. Alles im Parkett gelassen. Jetzt, durch diesen Geoman Exit, zahle ich mir wieder ein einigermaßen normales Gehalt und davon investiere ich auch wieder. Ein bisschen zumindest. Bei Parkett gehe ich immer noch die Devise, lass es drin und lass es da drin arbeiten. Ich investiere es lieber in Mitarbeiter und Daten. Das sind so die Hauptkosten, die man so hat. Und wenn du sagst, du investierst jeden Monat, jetzt seit Jahren noch nicht, vorher schon, ganz vorher sehr, sehr viel. Was ist denn so in einfachen Worten deine Investmentstrategie? Cashflow, Dividenden. Also auf Dividendenaktien gehen, Dividenden-ETFs oder? Mix, ein bisschen ein Mix. Also es gibt ein paar Unternehmen, wo ich einfach beteiligt sein will. Da habe ich Sparpläne drauf. Sei es ein Microsoft, Apple, sei es Johnson & Johnson, solche Unternehmen, auch McDonalds und so weiter, die Dividende zahlen schon lange. Und ja genau, also in die habe ich Sparpläne laufen. Aber der Großteil, sagen wir mal von meiner Sparquote, 60, 70 Prozent geht in ETFs. Und die sind aber alle ausschüttend. Das kann dann ein Fuzi All World sein, das kann ein Fuzi All World High Dividend Yield sein oder ein S&P 500 High Dividend Yield. Solche ETFs gucke ich mir da ab und zu an. Jetzt stand, also ich habe meine Strategie jetzt vor kurzem geändert, auch durch meine Unterhaltung mit Jonathan und so, der sich ja sehr gut auskennt und sehr gute Aktienanalyse macht. Kurze Klammer auf, Jonathan Neuscheller, der war auch hier schon mal zu Gast im Podcast. Ich weiß gar nicht, ich glaube vor 50 Folgen oder so, ich weiß es nicht. Der Gründer von Abilitator, der Analyseplattform. Und er ist ja auch ein begeisterter Investor, großer Warren Buffett Fan. Genau. Und er hat ja auch so eine sehr, also guckt auf Dividenden und viel Value und so. Und mit ihm unterhalte ich mich ja auf YouTube über andere Depots und durch ihn lerne ich halt auch viel. Und da habe ich es jetzt vor kurzem geändert. Und aktuell investiere ich hauptsächlich neben ein paar Einzelaktien in den Vanguard Fuzi All World ausschüttend. Mach ich auch. Ich habe jetzt auch mein Depot ein bisschen umstrukturiert und gehe auch voll da drauf. Ja, das Schöne ist halt, dass man auch ein paar von diesen Growth Thingern dabei hat, dann Nvidia und Arm und jetzt Eli Lilly und so, die alle so komplett abdrehen, aber keine Dividende ausschütten. Die sind dann da mit drin, das finde ich schön. Und für die, die ausschütten, ja, bekommt man dann trotzdem. Das gefällt mir gut. Was sind so deine Ratschläge für Leute, die sich auch so ein Dividendendepot aufbauen wollen? Wie sollte man da vorgehen? Boah, ich bin mir nicht sicher, ob ich da Ratschläge geben kann. Oder nicht Ratschläge. Oder wie du es machen würdest, wenn du nochmal von Null anfangen würdest. Also, ein paar Sachen habe ich nicht gemacht und die würde ich auch nicht empfehlen. Das ist generell rein raus, also eine Strategie ständig ändern. Das ist das eine. Ich persönlich mag das sehr und das ist auch was, was Jonathan sehr predigt, dieses unternehmerische Investieren. Dass ich nicht denke, ich hole hier eine Aktie und ich hoffe, der Kurs steigt, sondern ich will Teil dieses Unternehmens sein und ich glaube, dass die die nächsten 20, 30, 40 Jahre Mehrwerte schaffen für Kunden und Anleger, Kunden und Besitzer des Unternehmens. Man ist als Aktionär Besitzer des Unternehmens. Und so denke ich so ein bisschen darüber nach. Ich gucke mir so ein paar Unternehmen an. Ich persönlich bin jetzt keiner, der da übelst in die Quartalszahlen reinsteigt und da übelst die Zahlen analysiert. Da habe ich auch nicht die Kompetenz dazu. Ich bin mehr so einer, der auf Produktebene und auch die Manager-Interviews anguckt und so weiter und mir das so als, ich sage mal, aus Unternehmer- und Produktperspektive mir das anschaue. Was ist dir da wichtig, wenn du so ein Management-Interview, Manager-Interview liest? Worauf achtest du? Oder was sind so Red Flags? Oder wo sagst du, das ist ein geiler Typ, geile Frau, da will ich investieren? Also zum einen, Pragmatismus schätze ich sehr. Dann, wie sie, sagen wir, wenn der Journalist, sagen wir mal, ein bisschen schwierigere Fragen stellt oder auch provokative Fragen und so weiter, wie reagiert der da drauf? Ist es einer, der alles auswendig gelernt hat, wo du weißt, da sitzen fünf Leute im Hintergrund und gucken, dass dir nichts Falsches sagt und bla bla bla. Dann ist es so, okay, das kann ich nicht durchschauen oder er ist mehr so, ich sage mal Marionette oder sowas, ja, aber die Leute, die authentisch da sitzen und das einfach beantworten und manchmal auch klar raus sagen und so weiter, da weißt du, das sind, oder meiner Meinung nach, das sind Problemlöser, die sehen was und dann gehen sie es an und dann lösen sie das und die sprechen auf, ich sage jetzt einfach mal, normale Weise, direkt mit den Leuten und wenn man mit so einer Person redet und ich finde auch, wenn man so einer Person zuhört, dann siehst du das einfach, du weißt einfach, okay, der Typ weiß, wovon er redet, der ist da tief drin, der versteht das. Ein paar Beispiele, Mark Zuckerberg ist so einer. Man mag von dem halten, was man will, ich halte keine Meta-Aktien und ich habe mich davon fern gehalten, wegen Produkt an sich, ich bin jetzt kein Facebook-Fan oder Instagram-Fan, aber der Typ ist so tief drin, er zeigt immer wieder, was er kann und dreht das Schiff um und so weiter, der ist eine Maschine als Unternehmer und dem höre ich sehr, sehr gerne zu zum Beispiel, wenn er spricht und sowas gucke ich mir dann an und dann gibt es andere Leute, die, wenn du sie hörst, wo einfach so ein bisschen der Bullshit-Radar angeht, so der Nikola-Tesla-Gründer war so einer, ich meine, man weiß es jetzt auch, aber in den Interviews, die ich mit dem geguckt habe, weil der hat sich ja immer so als der Tesla-Killer und der, so, er macht Elon Musk fertig und so, so hat er sich immer dargestellt und die Interviews mit dem habe ich sehr intensiv geguckt damals, weil ich halt auch in Tesla investiert war und, also, da ist Bullshit-Radar sofort angegangen, also, das sind Sachen, nach denen ich gehe, das heißt nicht, dass ich das empfehlen würde oder so, aber, das hat für mich bisher okay funktioniert, aber man muss auch sagen, ich gucke jetzt nicht jedes Interview von jedem CEO, der irgendwie eine Aktie bei mir im Portfolio hat oder so, das muss man auch sagen. Du hast gesagt, Tesla investiert war, ja, verkauft oder hast du es noch rumliegen? Ich habe noch einen Restposten, aber Tesla hat mir, ich sage es mal, sehr gute Dienste geleistet, also, ich habe 2014 angefangen, da zu investieren und habe das sehr lange gehalten, so lange, dass es wirklich 30 Prozent in meinem Portfolio ausgemacht hat, also, sehr, sehr positiv für mich gewesen und als dann Elon Musk angefangen hat, da Twitter zu kaufen und so und ich nicht mehr so zugestimmt habe, wie er einfach, wo sein Fokus ist, ich sage es mal so und dass Tesla da so ein bisschen auch darunter leidet und die andere EVs hochgekommen sind und alles drum und dran und man einfach auch gesehen hat, diese Versprechungen, die er gemacht hat, dass Tesla nicht nur eine Autofirma ist, sondern dass eben da Energy und was auch immer alles dabei ist, dass das sich alles nicht so, kommt doch nicht so früh, wie er denkt und hat alles doch nicht so geklappt, habe ich für mich halt entschieden, okay, das sind jetzt so hoch, das sind bei mir immer noch über 1000 Prozent, ich realisiere da jetzt den Großteil davon und das habe ich auch gemacht. Ich habe noch ein paar Aktien, die ich einfach so noch halte, aber ich habe meinen Return mit Tesla gemacht und bin nicht mehr 100 Prozent von dieser Vision überzeugt, die er verkauft hat damals, sondern glaube, dass andere da auch sehr kompetent sind. Es gibt Sachen, die Tesla besser macht als alle anderen, aber es gibt auch Sachen, wo sie einfach, ja, wo sie strugglen und genau, geh wieder, geh wieder ein bisschen mehr in die ETFs. Also ich habe das dann eins zu eins genommen und in ETFs gesteckt. Stichwort Bullshitradar. Gibt es da noch andere Unternehmerinnen, Unternehmer, die man kennt, wo du sagst, boah, da passe ich auch auf? Oder andersrum, wie Mark Zuckerberg, wo du sagst, ey, die finde ich richtig, richtig gut. Ich rede lieber über Leute, die mich gut finden, die mich inspirieren. Und es gibt, also man muss es halt sagen, weil ich weiß, man kann von Unternehmern wie Mark Zuckerberg oder Elon Musk oder so, wenn man den Namen sagt und man findet den entweder gut oder schlecht oder sonst was, dann wird das immer so als extrem genommen. Aber ich finde, man kann bei jeder Person bestimmte Eigenschaften oder Erfolge nehmen und sagen, das finde ich toll oder das nehme ich mir als Beispiel, das inspiriert mich. Den ganzen Rest muss man nicht gut finden. Und Elon Musk ist da so ein Fall, wo ich finde, sehr viele Sachen, die er macht, sagt oder wie er agiert, nicht gut. Aber was er mit SpaceX vor allem geschafft hat, ist für mich unfassbar beeindruckend. Und ich würde mir wünschen, dass es einen deutschen Elon Musk gibt, der bei uns die Bahn genauso revolutioniert oder von mir aus andere Telekom, was auch immer, so Infrastruktursachen, die so eine unfassbar höhere Hürde haben, überhaupt reinzukommen. Bisschen mehr Destruktion, also ein bisschen mehr. Ja, und vor allem in Businesses, also wie viel höher willst du denn eine Hürde haben, als Raketen ins All schießen? Wie viel höher, eine höhere Hürde gibt es fast nicht. Also dass er das geschafft hat, ist unfassbar beeindruckend in meinen Augen und auch wie lange das gedauert hat. Der Grid, ich kann mir das kaum vorstellen, was für ein Druck das sein muss. Da ist ja mein Unternehmen sowas von Pipifax dagegen oder was ich dafür mache. Ja, und Mark Zuckerberg ähnlich, also wie gesagt, ich bin jetzt nicht unbedingt Fan von den Produkten, die rausgekommen sind, aber ich finde es beeindruckend, was er geschafft hat. Die Gründer von Stripe, da bin ich sowohl Fan vom Produkt, als auch was die machen, wenn man den Gründern mal in Interviews zuhört. Sind die gelistet? Ne, die sind noch privat. Aber den Gründern kann man zuhören. Unfassbar. Also die sind wirklich Vorbilder für mich in vielen Bereichen. Viel mehr fallen mir nicht ein. Warren Buffett und Charlie Munger finde ich sehr interessant. Da höre ich auch immer die Interviews gerne, wie sie über ihr Unternehmen denken und so und da rangehen. Das finde ich immer sehr beeindruckend. Aber man muss auch sagen, mein Konsum an solchen Interviews und so weiter ist rapide zurückgegangen, seit ich selbst Unternehmer bin, weil man ist einfach busy. Wenn wir noch ein bisschen darüber sprechen, wie du investierst. Also du setzt vor allem zusammenfassend auf Dividendenwerte, da auf Dividenden-ETFs, die eine hohe Dividendenrendite haben oder Aktien mit Burggraben, so wie ich es verstanden habe, Blutschips-Unternehmen, die irgendwie eine Dividendenhistorie haben und wo es exakt lang wächst. Das heißt, so Einzelaktien, die jetzt nicht ausschütten, sind jetzt nicht so bei dir gefragt in deinem Portfolio? Korrekt. Also Tesla ist eine Ausnahme. Es gibt auch sowas wie Enphase Energy hatte ich eine Zeit lang auch da Ausnahmen, also Solar-Geschichten. Also es gibt ein paar Ausnahmen, auch Netflix, aber überwiegend sind es Ausschütter und bei Meta zum Beispiel war ich bisher nicht drin, weil sie nicht ausschütten. Das hat sich jetzt geändert. Ja, das hat sich jetzt geändert. Was sehr beeindruckend ist. Aber das ist ja auch durch den FUZI All World da abgedeckt. Mittlerweile, deswegen, ich baue da jetzt keine Position auf oder so. Aber ja, überwiegend auch schon. Wie war das jetzt mit Meta, jetzt mit den Dividenden? Kriegt nicht Zuckerberg jetzt irgendwie 800, 900 Millionen Dollar pro Jahr? Wieso, so kann man sich seinen Return auch machen als Gründer. Das ist auch nicht schlecht. Das ist eine andere Liga, aber... Aber ich glaube, der Typ, egal wie viel der verdient, der will ja nicht aufhören zu arbeiten. Also ich kann, oder? Der wird jetzt nicht. Ich glaube, das ist bei den meisten Unternehmern so. Also es gibt ein paar andere Beispiele. Du hattest ja auch welche hier, die haben einmal, die haben ein Unternehmen aufgebaut, dann den Exit und dann was komplett anderes gemacht, sich voll zurückgezogen. Aber es gibt halt auch Leute... Stichwort Ernst, Prost. Genau. Es gibt auch Leute, denen das Spaß macht, einfach Probleme zu lösen. Und da zähle ich mich dazu. Ich weiß, sagen wir mal, Parkett kommt in eine Liga, wo ich mir sagen kann, oder wo ich sagen kann, komm, ein anderer Geschäftsführer kommt rein. Oder es ist ein Verkauf oder was auch immer. Ist egal. Auf jeden Fall, dass ich erstmal nicht mehr im Daily Operations mit drin bin. Was würde ich dann machen? Und wahrscheinlich würde ich erstmal eine Pause machen. Aber das befeuert mich einfach extrem, was aufzubauen, vor allem in den Frühphasen und ja, Probleme zu lösen. Und das wird sich nicht ändern, glaube ich. Deswegen, wenn es mit Parkett, was auch immer damit passiert, vielleicht bleibt es auch für immer so und ich werde immer das Unternehmen leiten und führen. Das kann auch sein. Aber wenn sich damit was ändert, ich bin mir sicher, ich würde das nächste Unternehmen gründen. An Ideen mangelt es nicht. und das macht einfach Bock. Es macht richtig Spaß. Parkett heißt Parkett wegen dem Börsenparkett. Korrekt. Korrekt. Ist es da irgendwie auch so ein bisschen dein Ziel, irgendwann gelistet zu werden? Oder kannst du dir sowas vorstellen? Oder ich meine, klar, 16 Mitarbeiter, seit ein paar Jahren erst da, aber man kann ja träumen. Man kann träumen. Also ich fühle mich sehr, sehr geehrt, dass auf jeden Fall unsere Kunden immer wieder, ich kriege immer wieder E-Mails so, wann können wir in Parkett investieren und so, wir würden gerne und so weiter. Das finde ich super, super nett und schmeichelhaft. Ich fände es natürlich cool, weil es passt für so eine Firma, die sich halt so viel mit Börse und der ganzen Aktienkultur, sage ich mal, beschäftigt, wenn wir selber gelistet wären. Und ich fände es ein mega, mega Achievement. Aber ich glaube nicht, dass dieses eine Produkt, das wir haben, uns irgendwie da hinbringt in diese Sphären, sondern wenn man sich überlegt als Unternehmer, okay, was bringt dich zu einer Million Umsatz im Jahr, was bringt dich zu zehn Millionen und was bringt dich dann zu 50 oder 100 Millionen Umsatz im Jahr, da hast du nicht nur ein Produkt. Du musst da mehr, also das kann sein, dass du nur ein Produkt hast, aber sicher nicht in unserem Bereich, so wie es jetzt ist und mit B2C und so. Das wird nicht passieren. Da musst du mehr Produkte. Das ist nur deutschsprachig, oder? Wir haben aktuell Dach, also nur Deutsch, genau. Wir fokussieren uns, also es gibt verschiedene Dimensionen, die wir limitiert haben extra, damit wir da erst einen guten Job machen können, bevor wir expandieren. Jetzt haben wir den Dachraum, die Banken hier unterstützen wir und die Assets, in die man so investieren kann. Aber du kannst natürlich mehrsprachig werden, du kannst mehr Assets anbieten, da wollen wir auch hin, dass du das komplette Vermögen, Porsche, Uber, was auch immer, Immobilie, alles abdecken kannst. Und dann geht es natürlich noch, okay, du hast jetzt dieses Produkt, wir sehen Vermögensverwalter, Vermögensberater benutzen es immer mehr, wir können mehr Richtung B2B-Schiene und da einfach mehr machen, mehr supporten, wovon dann auch unsere Privatanleger profitieren, weil sie viel professionellere Analysen bekommen, weil da ist einfach nochmal ein anderer Anspruch. Das heißt, die B2B-Schiene, Plattformen generell, was ist, wenn wir unsere Plattform öffnen für andere Entwickler, dass die noch darauf aufbauen können und so weiter. Es gibt viele, viele Expansionsmöglichkeiten, die uns dann in solche Sphären bringen könnten, aber das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg. Deswegen fände ich es cool, das mal zu machen, auf jeden Fall. Würd gern mal die Bürokratie sehen, die damit einhergeht und mich dann darüber beschweren. Stelle ich mir bestimmt, das ist anstrengend. Dürft schrecklich sein, dürft schrecklich sein, freue mich schon, mich darüber zu beschweren, aber das ist halt nichts anderes als ein weit, 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 weit entfernter Traum. Wie viele Kunden habt ihr jetzt? Zahlende Kunden 12.000, aber Nutzer ein paar hunderttausend, 200, 300, 300 ungefähr. Und die geben ja immer alle an, wie ihr Vermögen aufgebaut ist. Klar, du kannst jetzt keine Namen und anonym alles, aber kannst du sehen, wie Deutschland investiert? So ein bisschen das Gefühl kriegen, so deine Kunden, was machen die mit ihrem Geld eigentlich so? Ja, wir haben ja so aggregierte Statistiken, die wir auch unseren Usern zur Verfügung stellen und da gibt es natürlich interessante Sachen. Also, wenn man so die Bewegungen sieht, das finde ich schon sehr, sehr interessant, vor allem, weil es bankenübergreifend ist. Da werden wir auch in Zukunft mehr veröffentlichen, weil es eben so interessant ist. Also zum Beispiel, als Trade Republic ihr Zinsangebot rausgebracht hat, diese 4%, wie viel dann plötzlich in Cash mehr in Portfolios lag und wie das auch steigt, wie das fließt, wo wird es rausgezogen, wird es von anderen Banken plötzlich darüber überwiesen, geht es von Tagesgeld darüber oder wird es aus Portfolios rausgezogen, werden Aktien verkauft dafür und so. Solche Bewegungen finde ich unfassbar interessant oder wenn es einen Market Crash gibt, hören Leute auf mit dem Investieren und welche Leute. Was ja eigentlich falsch wäre. Es wäre falsch, so die Theorie und der generelle Rat in meinen Augen auch und da sieht man aber auch immer die Leute, die halt da dranbleiben, die das als Opportunity sehen, die da dann anfangen zu investieren und es gibt die Leute, die Angst kriegen, die dann rausgehen. Ja, also man kriegt da sehr, sehr interessante Insights, auch bankenübergreifend, was glaube ich so relativ einzigartig ist und wir wollen das definitiv teilen mit der Anlegergemeinde, wo wir einfach so ein bisschen zeigen, schaut mal, das ist passiert oder die und die Bank hat dieses Angebot gelauncht und das hat den und den Effekt gehabt und so. Da wollen wir definitiv ein paar mehr Studien dazu veröffentlichen. Was hast du da einen Rat an Anleger? Stichwort investieren, wenn du irgendwie siehst, wie viel deine Kunden anlegen, investieren, so abschließend, was würdest du denen mitgeben? Also wenn das Ziel ist, Vermögen aufzubauen oder sich eben solche Freiheiten zu erarbeiten, dann ist der, wenn ich ein Rat geben kann, dann mach deine Investment nicht zu kompliziert, schnapp dir ein ETF, all world, fertig und dann guck auf dein Einkommen. Arbeit an deinem Einkommen, das ist der größte Hebel, vor allem wenn du jung bist. Es ist so, so, so viel profitabler oder der Return on Invest ist so viel höher, wenn du es schaffst, dein Einkommen zu verdoppeln und davon 90% zu investieren, statt deine Performance zu verbessern oder so, oder den Markt zu schlagen oder so. Arbeit an deinem Einkommen, guck wie du dein Gehalt 10%, 20%, 30% steigern kannst und guck, dass du das erhöhst. Vor allem wenn du jung bist, dann ist der Impact natürlich höher, aber ist eigentlich egal, wie alt du bist. Das ist bei den meisten Leuten mit Abstand der größte Hebel. Das Kapital, das man einbringen kann. Die Zeit, die du investierst, die kannst du nicht beeinflussen. Wenn du jetzt anfängst, dann investiere immer und so lange wie es geht. Und das andere ist deine Performance und ja, den Markt zu schlagen versuchen viele, aber das Kapital hast du wirklich unter Kontrolle. Also daran. Dann danke so mit für das Gespräch. Sehr gerne, danke für die Einladung.